Konnichiwa! Meine Freunde, schön, dass ihr wieder da seid. Und heute mit bei mir ist The God of Wings. Oh God of Wings! Ich dachte, ich bin hyperaktiv in meinen Videos, aber ich bin ja komplett normal. Ja, so ist das normal. Und zwar, ihr seht, ich darf mal kurz ihre Kamera benutzen, weil ich mein Mikrofon irgendwie verlegt habe. Wir sind hier, um mal wieder ein Wish-Unboxing zu machen. Und du als meine hübsche Assistentin darfst mir da ein bisschen helfen. Ich darf das Paket halten, ne? Ja. Und ich fange raus oder wie? Nein, du darfst es auspacken. Ja, wie beim Magier, da ist es doch immer so ein reiches Tuch. Ich stehe wieder im Eck. Und zack, ist sie weg. Was ist das für eine Figur? Tja, das werden wir gleich sehen. Wahrscheinlich bin ich jetzt irgendwie so ein Kacknoop, der es nicht kennt. Ich mag Animes total gern, aber ich bin so der Oldschool-Anime-Pritze. So Detective Conan und Dragon Ball und... Studio! Schön. Wenn es was Neues kennt sie nicht. Wie sie sich voll rechtfertigt, weißt du? Wenn es was Neues kennt ich nicht. Ich weiß. Es hat schon angefangen zu schwitzen. Ja. Sie ist schon very bad. Der geht wie mir. Mann, jetzt ist sie gut verpackt, ey. Was ist denn das? Oh Gott, nicht brechen. Ich bin die erste Lieder. Das kann man einfach abziehen, so wie es ausschaut. Nein! So rausziehen. Ach so. Hä, was ist das? Ich weiß selber nicht, was das ist. Wahrscheinlich jetzt hat es einen Schraubenschlüsselsatz oder so. Den wollte ich schon immer haben. Warum haben du keine Schere oder Teppichmesser? Ich weiß nicht, ich habe Stäbchen. Wie soll ich da jetzt rankommen? Soll ich mich reinfressen oder was? Komm, wir nehmen die Stäbchen. Nein, nein, das geht nicht. Ich glaube, ich hätte auch einen Schlüssel da gehabt. Da, das ist nicht schwer. Du bist sauer. Was? Ich wusste es. Wow, es ist einfach total, es ist genau das, was ich jetzt gerade brauche. Dann ist es ein Mikrofon. Wie fast. Ohne Scheiße, ich dachte, das ist was ganz anderes. Da ist ein Mikrofon angekommen. Ja, geil. Guck mal, was das für ein langes Teil ist. Das ist dieses billige Mikrofon, was aber trotzdem echt gut ist. Ja, geil. Alter, das ist ja schon voll zerranzt hier. Ja, was weiß ich wahrscheinlich gerade. Ach so, okay. Wie, wie. Das ist eine echt legeile Animefigur. Die kenne ich sogar. Die habe ich sogar selber. Das ist diese... Ich habe sie verloren. Ich habe gerade eine Schraube fallen lassen. Das ist der Harry Potter Zauberstab. Nein, das war jetzt so nicht gedacht. Ich habe mir jetzt echt gedacht. Das ist, glaube ich, eine Flasche. Ich habe keine... Hä, was ist... Eine Cola Flasche. Ich habe gerade eine Schraube fallen lassen. Ja, ist in Ordnung. Die ist nicht mehr da. Auf jeden Fall, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ich dachte jetzt nicht, das ist eine Animefigur. Aber mein erstes Wish-Paket, was auch mal nützlich ist, mit einem Mikrofon. Hä, das ist ein Wish-Paket? Das ist auch von Wish bestellt worden. Hä? Aber ich dachte, Wish ist so Anime-Zeug. Nein, Wish, da kannst du auch ganz viele Klamotten, High Heels und andere Sachen. Was ist das? Ich habe wieder gefunden, das war so ein Klingel. Ja, super, toll. Das ist übrigens kein Product Placement. Es ist einfach nur ein dummer Zufall. Aber wenn wir schon mal da sind, dann lassen wir das auch gleich so. Es ist halt so, wenn man nicht weiß, was es ist. Dann bedanke ich mich bei dir. Ja, bitteschön. Und... Das war alles fett lange Kabel. Hammer. Hammer gut. Ich habe immer gut gebraucht. Bis zur nächsten Show Boy Wings vorbei. Was machst du so? Wohle Danze. Alles klar, danke. Du hast jetzt keine Sau verstanden. Wohle Danze. Wohle Danze. Wohle Danze. Wohle Danze. Du traust dir das wirklich? Achtung. Ja. Ja. Wenn du dich so gut wie es geht selber hältst, freu ich mich aber. Ich gebe alles was ich kann. Ja. Achtung.